Das ist völlig in Ordnung, gehen Sie bitte einfach nach vorne weiter. Ich will einfach nur hier sitzen. Ich hole deinen Mann. Ich gehe hier hoch am Eichel, dann kommen Sie rum. Tschüss. Alle gehen jetzt. Alle gehen. Wir haben uns ein bisschen gefangen. Ja, wir haben uns ein bisschen gefangen. Ich habe da auch. Na ja, dann mach mal sein. Ja, das ist mal wie die Ecke. Genau. Ja, das ist auch so. Zu! Vielen Dank. I think we can go ahead and see if some big group is gathering. I think we can go ahead and see if some big group is gathering. I think we can go ahead and see if some big group is gathering. Thank you. Thank you.